ja halt löscheln und da bin ich auch wieder bei Minecraft Euro Prozent hier sind wir zuletzt stehen geblieben ich würde sagen wir fangen einmal es ist doch theoretisch gehen ja okay geht nicht so ein Jahr wir kommen zu einer weiteren Runde Minecraft und hier bauert hier das Portet ach du scheiß habe ich viel Platz Schlafzimmer fehlt mir noch ein typisches kleines Schlafzimmer so ich bin jetzt gleich schon überlegen wie man es machen könnte aber er natürlich hat sie habe ich immerhin gehen und da fällt mir jetzt wirklich gerade gar nichts gar nichts an was man hier machen könnte deswegen hätte ich jetzt einfach gesagt warum wir zum kleinen Flur hin das sollte ja theoretisch schon reichen dann bauen wir jetzt so einen kleinen Gang hier hin dann bauen wir oben das Schlafzimmer hin so 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 und dann machen wir hier nochmal ein paar Heuzerchen hin so 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 und jetzt kommt das richtig große Plan diese Seite nicht dort hat sogar noch genau euch Rastor aus 8 Göttlich das nenne ich jetzt ich bin nicht aus und die Sonne geht schon wieder unter ach wie schade eigentlich wäre ich ja hier schon sicher oder ne wäre ich noch nicht doppelt so schade brauchen die unbedingt Türen Leute 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 ich 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 aber Prozent Prozent Kulte Korsche Prozent 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 und wir haben xp Prozent Prozent so sieht doch geil aus oder nicht Prozent Sieht ein bisschen glasig aus das finde ich muss ich echt gestehen das finde ich muss ich echt gestehen so 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 ich ich bin immer noch nicht geschützt ich bin immer noch nicht geschützt dann machen wir jetzt schnell mal so und nochmal so so das sieht doch herrlich aus aber gleich sind wir jetzt theoretisch geschützt halt johann das Glas haben wir schon verbaut das muss ich sagen aber es war jetzt auch nicht so viel glas, finde ich da werden wir glaube ich irgendwann in unserer Let's Playserie Gebäude haben die mehr Gas verbrauchen die deutlich mehr glas verbrauchen als wir jetzt wo geht eigentlich die sonne die geht da ich drunter und da habe ich aber was verpasst dann geht sie ja theoretisch darauf ach wie geil scheiß jetzt wohl unbedingt die truppenplatten noch bauen alle leute aber jetzt eigentlich hier langsamer ihr wuchs ordentlich hier diese eine pflanze ich habe es aber keine Schweine zu können müssen wir echt mal so ein Garten anbauen da 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 dann werden wir jetzt mal gucken was wir alles so rausholen können aus dem das ist ach ich dachte das wäre so ein Mammutbaum da 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 macht weil er so oft das normale geht weil das kriegst irgendwann auch krebs davon Prozent 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 Archer Punkt Prozent Acht gut Prozent so Prozent es ist zwar nicht das fest noch nicht erst der Exke aber es ist okay Prozent Prozent Warte mal wie macht man jetzt eigentlich diese Drückplatte ach so ach stimmt dann machen wir gleich mal drei Prozent kann man sie auch nicht hinpacken war blöd mit dem Eingang das muss später und ein heute ist noch so so noch so so was uns auf jeden Fall noch fehlt sind Fackeln ach komisch will nicht so sein ich lasse mich mal überraschen was da rauskommt hier natürlich noch eine sollte reichen ja aber damit beende ich jetzt auch die Folge und sage wieder Tschüss und nicht vergessen geht auf Facebook liked meine Seite geht auf Steam und tretet meine Gruppe dabei Dash IP natürlich heißt die Gruppe aber alles ist unten in der Beschreibung verlinkt Ciao Ciao Ciao